Leas Schauspielkunst mit nasse Windel auf der Bühne Nach der Geburt ihres Babys leidet die junge Schauspielerin Lea an einer störenden Hahnenkontinenz. Zum Glück findet sie Hilfe und Sicherheit in watteweichen Erwachsenenwindeln, die ihr nicht nur auf der Bühne das Leben erleichtern. Auch darüber hinaus hat Lea sie nach dem Einpinkeln durchaus zu schätzen gelernt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen